In Reda-Wiedenbrück setzt Landwirt Stefan Vogelsang auf modernste Technologien, um seine Ackerflächen präzise zu bewirtschaften. Mit Precision Farming sorgt er mit Hilfe von GPS und Sensoren dafür, dass Saat-, Dünger- und Pflanzenschutzmittel exakt dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Außerdem kann mit einem Infrarotspektrometer die Zusammensetzung von Ernte oder Gülle gemessen und für die neue Aussaat angepasst werden. Auch in der Milchviehhaltung geht Vogelsang digitale Wege. Der Einsatz eines automatischen Melkroboters mit Sensorik ermöglicht eine sofortige Analyse der Milch jeder einzelnen Kuh. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern trägt auch zur Tiergesundheit bei.